Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Wir hatten Cody Garbrandt in der UFC, Chris Cyborg bei Bellator. Das Ganze gibt es heute in der Review, also viel Spaß bei dieser Episode. Lasst vorher aber gerne noch einen Daumen nach oben da oder falls ihr das auf Spotify hört, ein Follow oder bei iTunes gerne eine Bewertung. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zur vergangenen UFC Fight Night, Cody Garbrand vs. Rob Font im Main Event. Allgemein muss man sagen, war das näher so eine sehr zurückhaltende UFC Fight Night. Also ich habe mich persönlich auf zwei Kämpfe gefreut. Das war einmal Jack Hermanson vs. Edmund Shabazian. Ich denke, das war ein Fight, der war viel versprechend im Vorfeld und dann eben auch auf das Main Event Garbrandt vs. Rob Font. Und Shabazian gegen Hermanson war ungefähr so, wie ich es erwartet hatte. Also Shabazian eine sehr starke erste Runde, aber Jack Hermanson dann relativ schnell klargemacht, worin er stark ist und zwar im Grappling im Ring. Und so hat er das Ding auch gut über die Zeit gebracht. Nichtsdestotrotz ist es sehr schade für Shabazian, ein super junger Typ. Ich hatte es ja erwähnt, Ronda Rousey hat ihn angepriesen als das größte Jahrhunderttalent, was jetzt rauskommt und so weiter. Ganz so ist dem dann doch nicht leider, aber nichtsdestotrotz ist er ja noch mega jung, hat noch ein paar Jahre vor sich. Es war einfach eine Nummer zu groß für ihn. Also Hermanson war da eine Nummer zu groß für ihn leider. Dann springen wir auch einmal kurz zum Main Event Cody Garbrandt vs. Rob Font. Was soll ich sagen? Ich persönlich bin großer Fan von Cody Garbrandt. Ich erinnere mich sehr gut an die UFC 2017 war das. Mit GSP gegen Bisping im Main Event. Und da war ebenfalls auf der Main Card Garbrandt gegen Dillashaw. Das ist so eigentlich der beste Kampf, an den ich mich erinnere. Gar nicht mal so sehr an Garbrandt gegen Cruz, sondern Garbrandt gegen Dillashaw, weil das natürlich so der Beginn einer sehr, sehr spannenden Rivalität war. Garbrandt hat das Zeug dazu, Champion zu sein. Garbrandt hat alles, was er braucht. Ausstrahlung, Power, Präzision, Timing. Aber Garbrandt fehlt die Balance. Garbrandt fehlt die Balance zwischen Aggression und defensiven Verhalten. Deshalb ist er entweder zu aggressiv. Deshalb hat er die drei Niederlagen. Also zweimal gegen Dillashaw, einmal gegen Pedro Munoz. Und jetzt war er zu defensiv. Deshalb hat er auch jetzt gegen Rob Font verloren. Also Garbrandt hatte eine relativ solide erste Runde, aber zweite Runde hat er verloren. Dritte, vierte hat er ebenfalls verloren. Fünfte könnte man ihm geben. Zwei Judges haben Rob Font alle fünf Runden gegeben. Eben, ein Judge hat Garbrandt zwei Runden gegeben. Es ist schwierig. Einfach weil Cody Garbrandt alles hat, was er braucht. Nichtsdestotrotz kann er das nicht abrufen. Weshalb natürlich schwer zu sagen ist, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, für Rob Font geht es richtig gut weiter. Ich meine, hey, Garbrandt ist ja kein Niemand und Rob Font hat damit einen guten Gegner besiegt. Wir haben jetzt bald Dillashaw gegen Corey St. Hagen. Und ich denke, dass der Verlierer gegen Rob Font antreten darf. Warum sage ich, ich verliere einfach aus dem Grund, dass wir Elgermain Sterling gegen Pyotr Jan 2 zuerst sehen werden. Also Pyotr Jan wird sofort die Revanche bekommen, sobald Sterling wieder topfit ist. Und vorher wird niemand gegen den Champion kämpfen. Und dann wird aber der Sieger aus St. Hagen gegen Dillashaw gegen den Champion kämpfen. Das heißt, der Titelkampf ist schon verplant. Der Sieger aus St. Hagen vs. Dillashaw, der wird um den Gürtel kämpfen, nachdem Pyotr Jan dran war. Und man kann ja auch, wenn man ehrlich ist, kann man auch sagen, okay, der Sieger aus St. Hagen gegen Dillashaw wird dann gegen Pyotr Jan kämpfen. Aber es ist ein anderes Thema. So, dann hatten wir ebenfalls Bellator. Dort hat Chris Cyborg gekämpft. Und wie soll es auch anders sein? Cyborg hat in der fünften Runde gewonnen. Ein beeindruckender Sieg. Cyborg ist einfach eine der stärksten Frauen, die es im MMA gibt. Und wir haben im Frauen-Featherweight drei starke Frauen. Wir haben einmal Chris Cyborg. Wir haben einmal Amanda Nunes. Und wir haben einmal Kayla Harrison, die aktuell noch bei der PFL ist. Aber sowohl Cyborg promotet sich selbst aktuell für einen Fight gegen Harrison als auch Dana White. Dana White sagt ebenfalls, wenn Kayla Harrison wirklich kämpfen will, dann gebe ich ihr einen Kampf. Was genau meint Dana White damit? Das ist ganz klar. Aber wenn Kayla Harrison nicht zu viel Geld verlangt, dann buchen wir sie. Wie dem auch sei. Ich denke, bei der PFL ist sie gut aufgehoben. Ich denke, sie wird bei der UFC keine Millionen-Deals machen. Sie wird bei der UFC nicht um eine Million kämpfen. Deshalb ist sie bei der PFL ganz gut. Cyborg gegen Kayla Harrison wäre spannend. Cyborg gegen Nunes 2 wäre noch spannender. Also den Fight würde ich auch gerne sehen. Und dann war es das mit der aktuellen Episode. Habt ihr Bellator gesehen oder UFC? Was habt ihr euch reingezogen? Schreibt es mir unten rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Folgt WeLoveMMA bei Instagram und damit bis zum nächsten Mal.